Ja, ich bin Stefan Fermin. Ich sitze hier gerade beim World Cup. Der Tag war schön sonnig. Der Wind war leider nicht ausreichend, um Freestyle heute zu fahren. Deshalb habe ich mir meinen Tag mit Kickern und mit am Strand liegen vertrieben und bin jetzt gespannt auf das Konzert heute Abend.